Tienhue ist eine zufriedene Frau. Zu schneidern und das von zu Hause aus war immer ihr Traum. Vor drei Jahren, nach einem Projekttraining, wurde er wahr. In ihrem kleinen Holzhaus im Township Tan Taban, rund 20 Kilometer von Myanmar's ehemaliger Hauptstadt entfernt, näht sie nun für das ganze Dorf und steuert so schon rund die Hälfte zum Einkommen des eigenen Haushalts bei. Wie die meisten hier lebt auch Tienhues Familie traditionell vom Reisanbau. Abhängig also vom Erfolg der Ernte, ausgeliefert und steten Klimabedingungen und lokalen Kreditgebern. Nach einem Krankheitsfall in der Familie geriet die Bauersfamilie schnell in eine Schuldenfalle. Bei 10% Zinsen pro Monat musste sie sogar einen Teil vom eigenen Land verkaufen, nur um gleich wieder Geld für Saatgut und Dünger leihen zu müssen. Die gebrauchte Nähmaschine bekam Tienhue am Ende des Trainings, das die Welthungerhilfe mit Mitteln der Happel Stiftung durchführte, zum halben Preis. Doch mit dem zweiten Einkommen als Schneiderin war diese bald abbezahlt und auch vom alten Kredit konnte Tienhue inzwischen bereits das meiste tilgen. Arbeit gibt es genug für sie in Tintabin und zufriedene Kunden, die nun nicht mehr jedes Mal in die Stadt müssen. Kleingewerbe verbessern die Lebensqualität im ganzen Dorf. Während der Erntezeit hilft Schneiderin Tienhue noch immer auf dem Feld. Die Happel Stiftung fördert die Landbevölkerung auch hier durch Bereitstellung von Produktionsmitteln, Ausbau der Bewässerungssysteme, Reißbauten und Optimierung von Anbaumethoden, immer aber als Hilfe zur Selbsthilfe. Das Projekt stellt Wissen und Baumaterial, die Dorfbewohner ihre Arbeitskraft. Sie sind es, die Brücken, Wege oder Schulen bauen. Die Happel Stiftung liefert ihnen das dafür nötige Baumaterial und unterstützt sie mit Qualifizierungsmaßnahmen. So wie den Farmasonen Saf Mueh, der sich schon immer für Technik interessierte, nach einer anspruchsvollen Tätigkeit neben der einfachen Feldarbeit suchte. In einem von der Happel Stiftung finanzierten Elektronikkurs lernte er nicht nur Reiskocher, sondern auch Radios und Fernseher zu reparieren. Für Saf Mueh eine echte Chance, seine wirtschaftliche Situation zu verbessern, nicht mehr allein abhängig vom Ertrag der Landwirtschaft. Die Nachbarn nennen ihn bereits Saia Lea, kleiner Sir, und zeigen so Respekt für sein Können. Tin Nui muss noch ohne Elektrizität auskommen. Ihre Stoffschnitte plättet sie mit einem Kohlebügeleisen. Ihre Kunden schätzen die Schneiderin wegen ihrer Geduld, Sorgfalt und Zuverlässigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017